Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play in das Kaninchen und wir sind auf der Suche nach dem ersten Träumer. In der Hoffnung, dass wir da hinkommen und ihn besiegen können. Hey du, komm mal her Seele. Komm her, komm her. Komm her. Dankeschön. Jetzt haben wir das schon mal wieder und jetzt... Du, nee. Ja, so. Weißt du was? Okay. Mit mich. Tschüss. Ich bin mit wem anders. Nicht mit mir. Mit dir kann ich spielen. Mit dir kann ich spielen. Hier scheint ein Weg sich zu öffnen. Interessant. Ach, ist das jetzt der Weg hoch? Ah, sehr schön. Damit haben wir diesen Pfad geöffnet. Und müssen damit nicht mehr durch dieses Grab dackeln. Und können jetzt hier rüber. Schauen, was da uns erwartet. Uh, hübsch. Oh, das ist echt hübsch. Sind wir an einem Strand? Das ist auch Sand. Blauer See. Oh, das ist voll schön hier. Planschi, Plansch, Plansch. Planschi, Plansch, Plansch. Planschi, 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 Plansch. Ein Herz. Okay. Warum nicht? Ich sehe übrigens, ich sehe schon, was es wird. Es wird ein Jumping Puzzle da oben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da oben über Plattformen mit Gegnern jumpen müssen. Und immer wieder runterfallen können. Hallo, wer sind Sie denn? Tiso, ja, was für ein ruhiger Ort. Ich will mehr Aufregung. Einen grausamen, tödlichen Kampf. Diese Ruhe ist so langweilig. Ja, dann such dir einen Freund zum Spielen. Okay, es geht jetzt hier rüber. Wir sind doch jetzt. What? Ich gucke erst mal, wo es ganz kurz, was das hier ist. Oh! Oh! Ja, ich könnte mir jetzt den... Ich könnte jetzt hier speichern und den Sockel holen. Aber dann müsste ich den ganzen Weg wieder laufen. Und darauf habe ich keine Lust zu. Aus dem einen Sockel bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich habe eh kein Geld. Hä? Hä? Ich muss doch da hoch. Oder muss ich vielleicht den Typen mit dem Kamehameha... Pass auf. Ich gehe mal kurz rüber und haue den Typen mit dem Kamehameha. Vielleicht sagt der uns dann... mehr darüber, was wir hier tun müssen. Weil ich glaube, wir sind hier... Ich kann natürlich die Karte hier nicht öffnen. Weil wir im Wasser schwimmen. Macht Sinn. Kann man ganz schlecht lesen. Und wird die Karte hier auch nass. Naja, sie ist weg. Okay, dann gehört der von mir nicht dazu. Aber ich muss... Aber ich muss nie nach oben. Ich muss nicht weiter nach unten. Hä? Hä? Der einzige Ort, der mir jetzt noch einfallen würde, wäre von hier unten dort hoch. Dass ich hier irgendwie, in diesem Zwischenstück, weil der hat ja auch eine andere Farbe... nach oben gehe, um zu dem Träumer zu kommen. Das könnte noch ein Weg sein. Da würde ich... Dann... Wie machen wir denn das? Wie kommen wir denn da am schnellsten hin? Wir gehen nach links. Nach rechts meine ich natürlich. in den Aufzug rein und fahren dann mit dem Aufzug runter. Und müssen dann von dort... Das wäre jetzt noch das Einzige, was mir einfallen würde, um dorthin zu kommen. Ich hätte gedacht, dass man jetzt hier über die... Über diesen Weg dorthin kommt. Aber nein. Na gut. Macht nix. Macht nix. Ist das hier irgendein Rumpelbude? Nein, keine Rumpelbude. Na, ist mir egal. Ist hier oben noch was? Nein. Dann... Abwärts, bitte! Sehr schön. Weg! Weg! Warte mal, wir machen das mal so. Fällt doch gar nicht hoch. Fällt runter. Vergiss noch mal zu drücken. Ja, auch mal drücken. Wir müssen nämlich nach ganz, ganz unten. Ganz nach unten müssen wir. Tschüss. Also, okay. Was mich? Ich habe zu tun. Ich habe einen Weg vor mir, den ich beschreiten möchte. Und zwar... Genau, jetzt hier rüber und dann... ganz weit nach rechts. Ach ja, lass mich doch in Ruhe. Da war dieser... ummantelte Gold... Warte mal, ist das nicht schon der Ort hier? Nein. Ummantelte Goldkäfer. Und jetzt müsste ich hier, glaube ich, nach ganz, ganz oben. Genau. Nehmen wir doch mal den Aufzug. Mal gucken, ob es da weitergeht. Zum Träumer. Hier hoch. Ach, nö, oder? Vielleicht da drüben lang. Hä? Hä? Hier komme ich nicht hoch... Wie soll ich denn jetzt... Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ich komme nicht von oben ran. Ich komme nicht von unten ran. Ja. Dann nicht. Ist auch ein Ding. Kann man auch sagen. Man kann auch einfach sagen, nein. Das ist auch, was man sich richtig nervt. Dass ich keine Ahnung habe, wohin ich muss. Es gibt so keine Informationen. In anderen Metroid-ähnlichen Spielen hat man wenigstens immer ein Ziel. Es gibt wenigstens so... Ja, gehe dorthin. Oder... Das ist hier einfach nur so... Ja. Hier hast du eine Welt. Das ist so... Ich komme da nicht weiter. Hier zu dem Träumer komme ich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Da gab es auch auf jeden Fall irgendwelche Ecken, wo ich nicht weiterkam, weil mir irgendwelche Fähigkeiten auch Double Jump... Sieh, genau. Mir fehlt, glaube ich, in der Regel immer der Double Jump oder irgendwie eine Alternative des Double Jumps. Ich weiß nicht, wie das ist. Hier wird vielleicht eine Art von Flügeln, sodass ich eine kurze Strecke fliegen kann oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal einen Ansatz, wo ich das herbekomme. Es ist jetzt einfach... Ja, du hast jetzt hier die Welt viel Erfolgsspiel. Und es ist so... Aber was? Wo denn? Ich habe keine Lust mehr, hier einfach... unsinnig rumzulaufen ohne Ziel und Plan. Ich möchte jetzt Progress. Ich möchte jetzt ran. Ich möchte an die Träumer. Wie komme ich an die sich ran? Sag mir, wo ich hin muss, um irgendwas zu bekommen. Und nicht einfach so... Kein Plan. Ich weiß es nicht. Ähm... Ich werde... Folgendes machen. Wir gehen zur Bahn runter. Und dann gehen wir in den... Und dann gehen wir in den... ins Tiefnest wieder rein. Muss ich hier hin? Nee, ich muss... Dort runter. Vielleicht kommen wir zu dem Träumer. Vielleicht ist das so ein Ding wie in Zelda, dass man... Bei Zelda zum Beispiel. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Bei Zelda war es so, dass... Wenn ich mich richtig erinnere... Dass es im Prinzip... Keine... Keine echte Vorgabe gab... Welche der Tempelmann zuerst machen sollte. Also... Bei... Ocarina of Time zum Beispiel war es ja glaube ich so, dass die Tempel... Keine echte Vorgabe hatten. Oder? Hatten die Vorgaben? Die konnte man doch im Prinzip fast... frei verfügbar machen. Dass du sagst... Deswegen ist es mir egal, ob ich jetzt zuerst den... den Wassertempel mache. Oder... Weil ich die Gegenstände, die ich brauche, um dort voranzukommen... in dem Tempel bekam denn. Ja, ist doch egal. Lass mich doch in Ruhe. Ja, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Oh, ist okay. Tötet mich. Ist auch ein Outlock. Wenn euch das... Wenn euch das ganz viel gibt, mich zu töten, dann macht es. Bin ich jetzt... Ich bin da. Gott, jetzt müssen wir... Nee, ich will nicht runter. Ich will hier rüber zur Bahn. Ich meine, es gab natürlich auch Dinge, die aufeinander aufbauten. Logisch, dass ich, ähm... Zum Beispiel, was weiß ich, ich brauchte einen Hammer, um irgendwo durchzukommen und sowas, aber... Es war schon so, dass die... Okay, eigentlich... Ich überlege gerade, wie war das denn? In den... In den Zelda-Teilen. Ich meine, ich habe nicht so viele gespielt. Die bauten doch schon aufeinander auf, ne? Es gab im Endeffekt nur den Anschein einer, einer, einer Ordnung. Äh, eine, eine Freiheit. Nicht eine Ordnung, sondern einen Anschein einer Freiheit. Es war so, dass die... Du brauchst es schon. Du hast dann... Im ersten... Gekobaum hast du zum Beispiel den... Die Schleuder bekommen und die brauchtest du dann entsprechend um Zugang... Um den... Brauchtest du die um im... Ich glaube schon, dass du... Ich weiß es gar nicht. Brauchte man die Schleuder im Wal bei den Zoras und... Bei den Goronen? War das Teil zwingend notwendig? Und brauchte man die Bomben aus dem... Aus dem Goronen? Ne, die brauchte... Ich glaube, es war alles... Es war relativ frei, oder? Ist auch egal. Jedenfalls, es kann gut sein, dass es nicht so ist, dass es nur den Anschein erweckt hat. Ich wüsste gerade spontan keine Stelle, wo ich zwingend die... Anderen Tempel gebraucht... Die anderen... Naja, Tempel... Die anderen Sachen gebraucht hätte, aber... Es war auch da... Ich sage jetzt einfach mal so, dass man die... Anderen... Sachen auch als vorher machen muss. Also man kam nicht einfach... Frei hindurch. Okay, wir gehen jetzt nach... Wir müssen nach ganz, ganz links. Also ich musste erst Tempel A machen, um Tempel B betreten zu können. Bzw. um Tempel B irgendwas machen zu können. Und so wird das vielleicht auch hier sein, dass ich entsprechend... Was... Wer bist du? Was willst du? Ja. Ist okay. Ja, dass ich diesen Träumer erst erledigen muss. Damit bekomme ich den Double Jump und kann damit dann zum zweiten Tempel oder zum zweiten Träumer und kann dann damit... Ach, okay. War ich nicht lang. Ist auch okay. Gehe ich nach oben. Okay. Na ja, was auch mal. So, hoch, hoch, hinau... Äh, falsch. Da lang. Ist das der richtige Weg? Sieht gut aus, genau. Da unten war nämlich noch ein Weg... Ja, okay. Auch ein Ding. So. Hier rüber. Was bist du denn? Die habe ich gar nicht gesehen. What the fuck? Ja, ist okay. Lass mich doch einfach in Ruhe. Meine Fresse. Komm doch hierher. Los, komm. Ah, jetzt bist du wieder weg. Komm, 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 komm. Ach so. Weiter gehst du nicht? Gehst du nur bis noch da? Okay. Okay, er lässt sich nicht in die Falle locken. Kann ich auch... Ich komme nicht an ihm vorbei, ne? Der blockierte den ganzen Weg. Doch, ich komme vorbei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, lass mich. Geh doch schon weg. Und... Oh Gott, noch ganz schön eine Strecke. Aber ich muss vorrangig nach... Ich muss ein bisschen nach oben. What the fuck? Eine Spinne oder sowas, ne? Würde ich sagen. War das. Macht natürlich Sinn, dass... Ja, genau. Macht Sinn, dass hier überall noch Spinnen sind. Irgendwo müssen ja die Spinnen wie mir herkommen. Irgendjemand muss die ja gebastelt haben. Ja, ist egal. Das ist mich. Ach, noch einer. Meine Fresse. Wie viele sind denn hier? Komm her. Danke schön. Nein, lass mich da einfach dran. Fährt an die vorbei. Hey, ist nix. Wieso will ich hier hin? Okay. Dann komme ich nicht zu dir. Tut mir leid, Kleiner. Ist okay, ich gehe schon. Okay, wir sind an einer Stelle, die relativ safe ist. Und da machen wir erstmal Schluss. Wir wollen dann mal... Nein, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Wir müssen, wenn ich die Karte richtig sehe, ist das die Höhe? Die ist ganz okay. Und da müssen wir jetzt einfach ganz weit nach links gehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Cool. 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 Cool.